Der Hammer, das ist, der Hammer ist eigentlich wirklich der Hammer. Also, ähm, wirklich ziemlich, ziemlich cool. Und ihr seht auch gleich dann, warum. Ich bin schon total aufgeregt. So, ähm, mal gucken. Ich glaube, daraus bauen wir uns dann vielleicht auch noch ein Portal. Denn ins Nether würde ich auch ganz gerne. Also, ich habe zwar noch hier, sieht man, bin relativ weit geflogen da ja. Äh, da ist es noch alles Obsidian. Aber, und hier, oh mein Gott. Leute, das muss ich euch zeigen. Ich bin, ne, das haben wir ja, stimmt, das haben wir ja gesehen. Das haben wir gesehen. Ich war gerade woanders. Ne, das haben wir ja gesehen. Das ist, ähm, wie geil das ist. Diese riesigen Wälder. Da müssen wir auf jeden Fall hin. So. Leute. Die Stunde der Wahrheit. Reinforced 3. Und, äh, das ist wirklich der absolute Hammer. Aufpassen. Aufpassen. Ist zwar ein bisschen langsamer, aber... Zack. Hahaha. Neun Stück auf einmal. Neun Stück auf einmal. Wie geil ist das denn bitte? Das ist so... Also, äh... Man kann es gar nicht beschreiben. Zack. Zack. Und... Zack. Und dann hier. Zack. Zack. Ist das geil, oder was? Ist das geil? Oh, Mann. Ich liebe so etwas. Ich liebe wirklich so etwas. Das ist so gut. Vor allem, das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Müssen wir aber gucken. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Platz. Das heißt, wir lagern hier einfach ein bisschen zwischen. Beziehungsweise, wir machen uns einfach... Eine neue Kiste. Das kann hier bleiben. Das lagern wir auch mal hier dazwischen. Und dann packe ich die mal hier drauf. Ja, das funktioniert. Das hier funktioniert nicht. Alles klar. Dann machen wir das hier so. Dann funktioniert das auch wieder. Ähm... Zack. Zack. Ich lagere das einfach hier jetzt mal wirklich so ein bisschen aus. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir im Moment nicht. Das sind diese Schrägen. Da habe ich dann einfach eine Steintextur draufgepappt. Ähm... Es ist relativ einfach mit den Carpenters-Blocks. Da geht das ganz gut. So. Zack. So schnell... ...hat man dieses Ding abge... ...abgepflanzt sozusagen. Abgebaut. Rasen schnell. Zack. Und schon haben wir mehr Platz. So. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Das heißt, wir machen das so. Da können wir auch zwei rein. Wo es jetzt leider nicht funktioniert. Da müssen wir... Halt. Wir könnten aber auch eine... Mal gucken, was wir für eine Schaufel brauchen. Und brah... Das ist eine Shovel. Ich glaube, das ist auch so ein... Ne, das ist... Das ist ein... ...normales. Aber so eine Schaufel. Oder? Harvest soil and snow in a wide range. Jetzt weiß ich aber nicht... Ob nicht vielleicht doch. Wir lassen es einfach mal so. Ich muss da noch ein bisschen testen. Das müssen wir jetzt halt einfach mal so machen dann. Das funktioniert nämlich leider... ...mit unserem Zollenhammer nicht. Aber das macht auch nichts. Also... Wir lernen das ja alles noch mit dazu. Wir lernen das alles. Und dann geht das vielleicht irgendwann auch... ...ganz von alleine. Fast zumindest. So. Das können wir noch so weg machen. Zack, zack. Und... Zack. Zack. Das können wir auch so weg machen. Da ist noch ein Lapis. Da ist ganz viel Eisen. Wenn natürlich sowas dann ganz viel vorhanden ist... ...dauert das auch ein bisschen länger. Aber... Also für das, dass wir ganz viel dann auf einmal gemacht haben... ...ist es auf jeden Fall in Ordnung... ...und im Preis mit inbegriffen. ...und im Preis mit inbegriffen. Mal gucken, wie weit wir hier dann reinkommen. Das müssen wir vielleicht dann später auch noch mal alles zumachen. So, zack. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Weil so schnell, wie gesagt, wie wir das hier alles rausholen... ...hätten wir das nie sonst bekommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So. Zack. Zack. Noch mehr Eisen. Halt. Das können wir so machen. So. Ich glaube, da oben ist bestimmt auch noch Eisen mit dabei. Das können wir jetzt so mal noch wegmachen. Und ich würde sagen, wir verwandeln uns hier in eine Fledermaus. Dann dauert es zwar noch ein bisschen länger, aber wir können die Punkte ein bisschen besser erreichen. Sind wir schon wieder voll? Oh, Mann. Das kann weg. Das kann weg. Zack. 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 Das kann alles weg hier. Das ist alles Müll. Alles Müll. Alles Müll. So. Das Lapis noch einsammeln. Ähm. Zack. Zack, zack. So. Das hier weg machen noch. Also ich werde jetzt heute vermutlich da erstmal so ein bisschen alles ausschlachten. Vielleicht finden wir ja tatsächlich dann noch irgendwie, ähm, äh, kann ich da nicht rein? Äh, ist das doof. Ähm, irgendwie sowas wie Diamanten. Das wäre natürlich super. Weil da haben wir jetzt auch wirklich nur eine Ader bisher gefunden, was ein bisschen schade ist. Ich hatte mit mehr gehofft. Aber. Perry.org Das sagt mir gar nichts. Project Red. Alles klar, dann suchen wir das mal. Perry.org Und was macht das? Ach so, da können wir dann eine Säge da können wir dann auch Tools draus machen und ich vermute eine Wall Wow, 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 wow Alles klar, ja, da gibt es dann ganz viele Sachen einfach ein Baumaterial sozusagen Scheint das zu sein Na, da bin ich ja mal gespannt Was uns da noch blüht An Möglichkeiten Ah, das ist super Da ist noch Kohle Da ist noch mehr Quantum Ore So, 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 so Oh je Will das alles nochmal zukriegen hier Oder vielleicht gehen wir auch hier weiter runter Und Vielleicht können wir nämlich hier dann Ja, so, zack, zack Und hier dann vielleicht runter Und dann kommt hier noch was Das ist vielleicht gar nicht mal so blöde Allerdings weiß ich noch nicht was Das ist allerdings blöde Aber wir gucken einfach mal Zack, zack 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 Ganz viel Zeug sammeln Und Vielleicht Vielleicht Können wir da auch schon wieder ein bisschen Zeug reinpacken Ähm Ja So Was ich jetzt noch machen wollte Ich hatte mir überlegt Wo habe ich denn die Die weg gemacht Hoppla Äh Da rein Ja Ich hatte mir überlegt Aber da habe ich glaube ich nicht genug Zack Zack Dass man hier sowas wie eine Wie eine Balustrade oder was macht Dass man von hier einfach runter gucken kann Und dann auch Muss mal gerade gucken Ähm Habe ich jetzt wahrscheinlich alles Ne Oben auf dem Dach glaube ich War noch relativ viel Oje Wir haben so das Inventar voll In der dritten In der dritten Folge Das ist ja Krasser Scheiß hier Ganz ganz krass Okay Wir machen das Ne da kommen glaube ich Vier Stück bei raus Ja Das sollte reichen Und das haben wir jetzt auch Sehr schön Wir essen mal das Beef Jerky Das andere Haben wir Haben wir das weg gemacht Ne War das das schon Sind wir so hungrig Oje So Genau Und dann Sieht man jetzt hier Zack 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 Und das schmiegt sich Einwandfrei hier ein Und was ich jetzt machen wollte War noch Ähm Wie ging das denn Ich weiß es gar nicht mehr Ist das Cobble Was ist Cobblestone Tatsächlich Aber Ah Also einfach Vier Stücke Hier rein Alles klar Ähm Kann man das nicht Auch so machen Ne Anscheinend Nicht Das heißt Wir machen das so Jetzt haben wir dann auch Erst Erstmal ein bisschen was Zack 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 Hier was drauf gepackt Und dann ist das doch wunderbar Und ich glaube Vielleicht tatsächlich dann Doch hier noch was So was vielleicht Vielleicht dann auch noch Ganz hoch Nee das gefällt mir jetzt nicht Aber Vielleicht dann tatsächlich So was Das ist eigentlich ganz cool Wenn man sich das so überlegt Hier kann man nichts dran packen Okay Das heißt hier müsste dann was hin Und dann kann man hier nämlich auch Dann runter Gucken Und sieht dann so ein bisschen Also nicht als Fledermaus Wir machen einfach mal Zum Enderman Da passen wir auf jeden Fall dann drüber Dann kann man hier dann so ein bisschen gucken Sehr schön Sehr schön Sehr schön Wunderbar Wie er guckt So gut So Ja als normaler Mannequin Können wir so auch raus gucken Das ist wunderbar Alles klar Jetzt muss ich mir nur noch überlegen Was ich hier hin haben Will Wollte Haben möchte Warte mal Wenn wir Das vielleicht Darüber mit verbinden Da unten haben wir jetzt ja Darüber ausgeschlachtet Wenn wir Das jetzt Ich bin am überlegen Ob wir tatsächlich Das alles weg machen Und das wirklich komplett alles freilassen hier Hm Interesting idea Bin ich mal gespannt Komm Die kaputt Ist natürlich im Flugmodus Ist das so eine Sache Ähm Und Holz brauchen wir auch Unbedingt Unbedingt noch Holz Da haben wir gar nicht mehr viel So Zack Da unten liegt der Rest Ähm Ohje Da wartet noch viel Arbeit auf uns Aber ich glaube Das ist ganz gut Das ist relativ hoch Das können wir bis zur Decke Dann ausreizen Und vielleicht sogar noch ein bisschen höher Falls wir das brauchen Dann ist da massiv Platz drin Äh So Zack Jawohl Das war noch nicht die Wand Wenn sich dahinter jetzt So ein 9x9er Feld Von irgendwas verbirgt Ey Ne Nix Gut Ich will da nämlich nicht alles zumachen Aber irgendwas kommt bestimmt noch Da links an der Wand So Ja war klar Aluminium Ja das können wir dann irgendwann noch rausholen Wir machen jetzt erstmal da so ein Grundgerüst Sozusagen Ganz schön dunkel hier Irgendwie Ja der Hammer hält natürlich auch nicht ewig Ich hoffe da fällt jetzt nichts unten rein Da in die Schmelzerei Großartig Meines Wissens schmilzt das dann nämlich tatsächlich auch Und da ist Redstone Reingefallen Aber sonst ist da noch nichts drin Gut Dann Das Portal Das wollte ich eigentlich auch irgendwo hier vielleicht rein machen Ich dachte eventuell Ich hätte eigentlich gerne was Schönes Irgendwie so eine schöne Vielleicht hier Vielleicht hier Dann Ne Ne ich glaube Ich bin so unentschlossen Na gut wir machen erstmal Das jetzt hier raus Dass wir da ein bisschen mehr Platz haben Diamanten Diamanten Yes Gib mir alle Diamanten Dieser Welt Wunderbar Wunderbar Ja sehr schön Diamanten Dieser Welt Zack 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 So sehr schön Die da kommen auf jeden Fall weg Die waren nur professorisch Ähm Hab ich noch Feinen Stein Hab ich Dann packen wir das nämlich Direkt wieder zu Aber da ist natürlich noch was drin Ja 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 Ah Ah Eisen Noch Eisen Immer Immer ist irgendwas Raus hier So Ähm Ne Das Eisen Ne das Gold kann mal da rein Ähm Und dann muss ich trotzdem was weglegen Da Ja Warum Warum so viel auf einmal Normalerweise sollte man sich ja darüber freuen Aber Wenn es dann wirklich zu viel ist Hat man Irgendwie so ein bisschen Ach Ich weiß nicht Man weiß einfach nicht Wohin damit Und was damit anfangen Aber man Möcht es halt trotzdem benutzen Irgendwie Oje Sind das auch noch zwei Adern Na gut Na ja gut Na ja gut Ja war klar Komm Aber dann war es jetzt erstmal Der Server leckt ein bisschen Sehr schön Sehr schön Ähm Hier packe ich was rein So Wo waren wir Hier Äh Dann machen wir das hier Direkt mal zu Das brauchen wir so nicht Da Achso Da müssen wir mal gucken Ne Das brauchen wir so nicht Stimmt Wir sind ja da in die andere Wand hinein Ach Sehr gut Das brauchen wir auch nicht Das da noch Ach Wunderbar So Ähm Z-Means Wir machen hier mal wieder zu Und Das sieht eigentlich ganz okay aus Ich Muss da gerade mal was gucken Da Wo habe ich denn Wo habe ich denn Ähm Wo habe ich denn Meine Hier ist der Ähm Das lassen wir mal hier Das nehme ich mit Wobei das glaube ich Nicht so viel Bringt Ähm Da haben wir genug Stein Das Lapis können wir hier lassen Redstone können wir hier lassen Wasser brauchen wir jetzt auch nicht Erde brauchen wir nicht Das brauchen wir ganz viel eigentlich nicht Aber ich lasse es trotzdem jetzt mal drinnen Ähm Äh Runter 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 Und Der Ach der ist da ganz da vorne Ne das funktioniert irgendwie nicht Und warum nicht Das da kann ich ab Warum funktioniert denn das nicht Also Ich kann das doch Ich muss mal kurz gucken Wie ist denn das Cobblestone Ja Cobblestone So wenn ich jetzt Mit meinem Carpenters Schüssel Aber der macht das irgendwie nicht Ich muss mal kurz was gucken Ähm Den da wollte ich eigentlich haben Weil der macht nämlich da die Wände Achso Ach stimmt Der ging ein bisschen anders Das andere war ja Ach für das Holz Äh Ich Ich doofkoppe Alles klar Dann Gehen wir den noch machen Jetzt Ist alles Fast klar So Ähm Ähm Äh Äh Verdammt Creeper Ne wir lassen es mal so Nein Das wollen wir auch nicht Oh je Na gut Dann lassen wir das Carpenters Zeug Einfach mal hier Äh 1,2,3,4 Zack,zack Und dann Äh Äh Runter Runter Zack Ist der offen? Ne Ich wollte gerade sagen Ähm Eins Und Vier Jawoll Und der kann das nämlich Wenn wir hier das nämlich rein machen Da haben wir ganz ganz viel Auswahl Es ist genial Es ist finde ich echt super genial Und Hoppla Äh Wir können natürlich auch hier Also wir nehmen das jetzt mal raus Nein Nein Wieso geht denn das jetzt nicht? Ah Da Genau Genau Äh Ja aber Das kann man doch Das kann man doch auswählen hier Normalerweise So ein Mist Das ist ja natürlich dann auch so gechisselt da Ach 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 Können wir das hier verändern? Ne 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 Der ist weg Super Der ist auch weg Buh B Fal B Vielen Dank.